so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von mario kart 8 deluxe offline wir haben jetzt nun die gl a reifen freigeschaltet das kombinieren wir mal mit dem fichtenbock den wir glaube ich noch nicht hatten und dem und dem ja gut gleiter hatten wir alle schauen wir mal ich nehme einfach mal den segelflieger passt schon ja und heute sind wir mit metall mario im bananen cup genau so schauen wir mal jetzt kommt zuerst mal die staubtrockene wüste vom gamecube und ja bin ich gespannt so sagt einen kleinen boost habe ich schon mal bekommen entschuldigung mir kratzt es gerade irgendwie im hals ich habe aber keine ahnung wieso theoretisch hätte ich mal zu klug sein sollen und vor der aufnahme noch was trinken sollen oder mehr wenigstens trinken parat legen sollen ich habe hier nämlich an meinem aufnahmeplatz habe ich jetzt kein keine wasserflasche oder was dergleichen hingestellt habe ich eigentlich nie ja keine ahnung wieso aber kann man mal machen gut aber das kratzen ist jetzt auch schon wieder weg eigentlich zack so und damit haben wir gleich runde 1 bewältigt jawollski und jetzt geht es in runde nummero zwei so ja 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 ziemlich gefährlich ich glaube jetzt kommt gleich dieser tornado ne was sollte sein treibsand so genau treibsand war das gerade eben na ok jetzt kommt wieder diese kleine oase die mag ich ja besonders muss ich sagen so und damit haben wir auch gleich runde 2 bewältigt okay hinten kommt auch niemand scheiße ja genau der buch nimmt mir den panzer weg gerade wo mich jemand abschießen will wie mies ist das ey aber ja gut wenigstens war doch nicht durch den sand wenigstens habe ich jetzt eine hube das heißt ich bin eigentlich vor allem geschützt ich glaube nur ein blitz könnte mich jetzt noch treffen bei blitze kommen ja immer spontan da kriegt man ja nicht so eine warnung aber so es kam ein blauer panzer aber den konnten wir auch damit verteidigen ok und diese strecke haben wir erfolgreich absolviert mit dem ersten platz und mit zahl mario finde ich auf jeden fall ganz gut ich meine wer mag schon nicht wenn er erster platz für den mario kart und jetzt kommt die donut ebene 3 vom snes 3 2 1 legt die kuh so ich mag ich mag die musik leute so zack nice shot den habe ich mal gut getroffen so zack hier sind so viele kurven hatte wie viel kurven sind ja auch von 9000 oder was aber hinter mir scheint es wohl ruhig zu sein das gefällt mir doch das gefällt mir doch ja noch bananenschale vorbei und so hilf mir ja ben ja und ein manuel singt aus ja doch und jetzt schon die letzte runde ja ist schwierig also ich meine hier gibt es viele kurven sehr viele kurven sogar aber ja gut meine gegner können mich wohl trotzdem nicht einholen weil sie irgendwie zu dumm dafür sind aber ich meine wer besiegt schon einen manuel das kann doch niemand schaffen ich hoffe der angeber modus bestraft mich nicht doch 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 oh gott okay hu aber doch war recht chillig war recht chillig auch diese strecke konnten wir mit dem ersten platz abschließen prima mario kart und jetzt kommt die königliche rennpiste vom nintendo 64 die strecke war geil ich glaube die hatte auf dem nintendo 64 sogar auch ein easter egg ich weiß jetzt nicht ob es das easter egg auch noch in den neuen versionen wie dieser hier zum beispiel gibt aber schauen wir später einfach mal ich weiß es jetzt gerade tatsächlich gar nicht dankeschön toll gemacht super 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 man auf dem Nintendo 64 besuchen. Ah, ne, aber, oh, schade. Hier ist jetzt so ein Gitter seitlich. Da gab es nämlich auch noch eine Strecke auf dem Original Nintendo 64 Teil. Oh, schade. Schade, dass sie das rausgenommen haben. Das war echt ein cooles Easter Egg. Naja, gut, aber die, das ist trotzdem eine geile Strecke, Alter. Wow. Oh, so. Komm, ich fahre einfach mal hier durch. Bringt mir zwar nichts ohne Pilz, aber, oh, Alter. Fahrt euch nicht ins Gras. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Scheiße, ein Blauer. Nein. Aber ich bin trotzdem noch Erster. Also, beschweren kann man sich da ja auch weniger. Ah, Gott. Okay. Und Runde Nummer drei. Oh, hinter mir sind ein paar. Oh, darauf hätte ich achten sollen, ich Idiot. Zack. So. Die, du, 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 du. Die, du, du, du. Die, du, du, du. Die, du, du, du. Die, du, du, du. Ah, die Musik. Die ist so geil. Die, du, 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 du. So, okay. Gib mir ein vernünftiges Item oder zwei vernünftige Items. Sehr gut. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, die Items sind okay. Kann ich was mit abwerfen. Also, klar, mit der Münze nicht. Aber zumindest mit dem Panzer. Dann kommt ein Blitz. Läuft, ne? Jetzt kommt noch dieser Bluber. Aber der kann mir auch nichts mehr verübeln. Nein. Zack. Fertig. Und jetzt die letzte Strecke für diesen Cup. So. Und jetzt kommt passend zum Thema Bananen Cup der Donkey Kong Dschungel vom Nintendo 3DS. Das war damals eine meiner Lieblingsstrecken auf dem 3DS. Also, was die neuen Strecken angeht. Und deshalb finde ich es mega geil, dass sie hier ein Wii Mac gemacht haben. Die Strecke ist einfach nur schön. Sie sah schon auf dem 3DS schön aus, aber oh, in HD. In HD. Auf der Wii U. Oder jetzt hier auch auf der Switch. Alter. Nochmal. Over 9000. Geiler. Ja. Höh. WTF. Alles klar. Ich meine, kann man mal machen. Muss man aber nicht. So. Zack. Und Runde Nummero 2. So. Jo. Dann hier. Zack. 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 Und hier an diesen... Oh, wie hießen die Gegner nochmal? An den Gegnern vorbei. Tikis? Hießen die Tikis? Ich weiß es gerade gar nicht. Hä? Wieso weiß ich das nicht? Jetzt mal ehrlich. Loll. Oh je. Eine blaue. Was konnte ich denn dagegen tun? Die Hupe. Das ist ja toll. Hat mich doch keine blaue verwischt. Aber dafür jetzt einen Bluber. Die haben mir die Sicht ganz schön verdeckt. Dann noch ein Blitz da oben drauf. Fehlt nur noch die Kirsche. Ja, ja. Ja, gut. Wobei ich ja gegen Kirschen allergisch bin. Ja, ja. Schon etwas schade, aber... Naja. Passt schon. Uh. Ich höre was. Eine blaue. Danke schön, liebes Spiel. Danke. Danke, Ranke. Haha. Jawohl. Ranke passt doch. Also, ich meine, im Dschungel. Da gibt es ein paar Ranken. So. Und jetzt. Zack. Jawoll. Es geht. Sieht doch recht gut für mich aus. Ich glaube kaum, dass da noch ein Gegner auf mich zukommen kann. Zack. Jawohl. Nice. Wieder mal alle 60 Punkte abgeschaut mit Metall Mario. Das gefällt mir doch. Nice. Prima. Das mag ich doch. Also, ich meine, jeder mag es, wenn er erst verplatzt wird. Aber ich auch. Ja, gut. So. Pff. So. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Ey, die Musik ist so geil, ne? Zack. Münze. Haha. Ja. Hier haben wir mal wieder schön abgeräumt Was mich natürlich sehr freut Und wir haben 240 Münzen gesammelt Und ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet Ja Leute Freut mich Dass ich wieder Goldpokal mit 3 Sternen gekriegt habe Im Bananen Cup Ja wer den Park aktiv bis zum Schluss verfolgt hat Darf gerne Hashtag Banane In die Kommentare schreiben Ansonsten würde ich mich ja auch Über sonstige positive Bewertungen freuen Aber ja Dann danke ich ja schon wieder fürs Zuschauen Und tschüss